Moin, im heutigen Video geht's um die Watchparty von Team Heretics gegen Navi. Bei Heretics feed Benji Fischi, das Gewinnerteam ist in Madrid und ist eins von zwei EMEA-Teams, die es überhaupt schaffen können. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Abo und Like da und würde ich sagen, viel Spaß im Video. Er hat diesen Kill, er ist auf 11 HP. Benji Fischi und Rehans werden viel tun. Äh, ich spiel da nicht, ne ne. Kann stark werden von Angel, wenn das Trimings stimmt. Schöne Flash, aber von Kayo. Boah, schöne Shots von Navi. Oh, wenn Zipp an Dustpie, könnte krachen. Okay, schöne Bubble. Ja, Viper auf dem App ist halt auch sehr, 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 sehr nasslich. Getsu, really feeding into it, he's right up against the poison or trying to take the fight. Schöner Blickstern. Ah, das macht drei. Kay, Rehans macht aber zwei. Rehans spielt gerade von zu Hause. Hat den TP nicht gehört. Und wieder schön eine Runde von Navi. Boah. Ey, wir sind so viele Situationen gerade. Ja, oah, schöner Sun. Das war stark reagiert von, ähm, wo ist der Reach-Name? Zipp an. Reißt. Reißt aber schöne Runde. Neon muss ich auch nochmal lernen, wirklich. So stark. Two players from Navi here, ready to defend. Man, this is the value. You can already see Shout. He never expected anybody to be there that fast. Nightfall thrown in, but he's gonna miss at least a couple of the players. Marked four, she said. Yeah, I think he must have clipped one of the players that got around the corner. Even still, the ult will slow them down. It has given Navi an opportunity to rotate in, potentially put Artis into position. He's gonna be there with the operators. Boah, dass sie dann noch mal ein Schemmer pieken, wo die Wissen, die hat eine Operator ist krass. Boah, er macht jetzt einen Operator Schuss und zieht dann die Sheriff und holt den anderen. Aber wenn er jetzt ein Elbo kontaktiert hat, dann hat er den. Boah, ah, das ist so gut heute, holy shit. So früh in Early Picks und ist krass. Right now, Navi have been denied their early aggression. The pick hasn't come through as it has in the past. Something to work with for the side of Heretic still having that extra man. And the ulti pop under Fury caught one burst. And even hit Zipan as well, but no kills to come off the back. Good trade to start it out. Zipan's got one. He's out for free. He's swinging through with his teammates. And they're taking every fight they can. Navi going for a scrappy round. And one that's led them ahead. Only one player is still standing. Padatek needs to revive. And Shao and Angel will not let that happen. Can man nicht gewinnen. And there's nowhere to go. A minute on the clock. But two players are right around that corner. Navi spielt gerade echt gut, ey. Holy shit. Muss man ihn lassen. Was ist eigentlich Madrine? Wenn mich nicht alles täuscht, spielt Boot oder so bei Heretics. Der darf aber nicht spielen, weil er zu jung ist oder so. Deshalb spielt Reens, aber Reens kann nicht einreißen. Ich weiß, genau. Und Mini-Boo wieder mit dem Triple. Boah, das hätte auch wieder der Kulett sein können. Holy shit. Für wen bist du? Boah, schwierig. Ich würde es beiden Teams gönnen. Oh mein Gott, ich kenne glaube ich die Füße, oder? Eine schöne K.O. Nate. Boah, du kriegst beide. Ey, sobald du da gelegt hast und alle Mainz sind, ist echt schwer, Mann. Wenn die da einfach nur durchsperren und vorne zu hoch. Oh. Kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Ciao aber auch, du, das Game gerade. Ich hab's halt vorhanden. Ich hab's halt vorhanden, dass ich Benji so forten Heretics. Äh, hab ich ja gesagt. Also ich würd's Benji gönnen, aber ich würd's halt auch Navi gönnen, ne? Ich mag die Navi-Spiele halt auch. Boah, sehr starke Runde. Also Ardis macht echt gute First Tracks, ne? Ardis kriegt immer einen Pick irgendwo. Und die Runde geht an Navi. Ich hab's am See. Unfair, komm vorbei. So, ich hab's gedrückt. Boah, schönes Schuss am Party-Tag. Und von Benji? Ist Winneville? Boah. Ja, Benji muss auf jeden Fall ein Gesicht machen. Boah, dann ist es auf jeden Fall gewonnen. Aber Boah auch eine sehr gute Position. Ist wirklich sehr voll hier, ja? Also wenn Benji das gewinnt, wär krass. Schöne Runde von Navi. Schöne Runde von Heretics. Gibt noch 10 Sekunden. Schöne Flash. Ja, 10. Das ist sehr gut für Heretics' Geld. Ardis ist aber full ready, ne? Dass wir da nochmal so ein Schuss raushauen. Ist einfach durch Nachsoffach gelaufen. Weiß ich nicht. Stark von Benji. Benji hat auch einfach Zeit auf Lockdown. Heretics kommt gerade ein bisschen zurück. Oh, schöne Flash. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und noch eine Flawless. Drei Flawless sind beieinander. Du kannst fünf Runden kaufen. Gefühlt. Oh mein Gott, die Flash. Die haben nicht mal Kevlar verloren. Die sind jetzt alle bei 5.000 Credits plus. Oh mein Gott, das Timing. Das Timing. Oh mein Gott, das Timing. Das wäre eine sehr wichtige Runde für Navi. Das war ein insanees Timing. Ja. Das müsste eigentlich die elfte Runde sein für Navi. Ja. Alles, was sie gebraucht haben, ist ein guter Lurk. Boah, aber die sind gut gesackt auf der Seite, ne? Flawless ist auch auf. Jetzt 15 Sekunden, die müssen drei Leute, vier Leute töten. Ist schon fast gar nicht möglich. Oder? Okay, nein. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Starke Runde von Heretics wieder. Wir haben die gut gerillt, dass sie A gehen. Starke Runde von Party Tag. Boah, Navi muss jetzt nochmal einen aufschieben, ansonsten wird das sehr schwierig. Ich würde sagen, dass Heretics sogar fast jede Runde kaufen, dann jetzt. Oh mein Gott, die wissen genau, was er macht. Schöne Utility. Oh mein Gott, Benji. Benji kriegt nochmal zwei, das ist sehr krass. Schau, check nicht. Oh mein Gott, für Heretics schon wieder. Ah, das muss jetzt richtig zaubern. Hey. Das ist ein 11-11. Nein. Benji defused. Benji defused. Oh mein Gott. 20 Sekunden. Schöne Flash. Jetzt kann es krachen. Die werden da direkt rausgehen. Oh, Ardis. Er muss einfach planen. Aber Navi holt es vielleicht. Ardis lag dann durch die Smoke. Ardis flinkt jetzt auf. Wow. Ist das krank. Ey, was ein Game. Es ist hier so close alles. Ist das krass. 20 Sekunden. Minibu hält das gut auf mit seinem Stump. Das kannst du eigentlich nicht ruhig. Und das ist eine Overtime. Das ist eine Overtime. Oh, wenn Ardis heißt, man first track sehen kann, wäre sehr krass. Perfekte Flash. Eben nur auf den Schlitz und wird trotzdem geflasht. Oh, warte mal. Oh, das ist unlucky. Zwei blind und der dritte nicht blind. Aber Angel mit dem Triple. Patitek. Oh, jetzt wird er overpeaked. Oh mein Gott, Zipp an. Navi clean gespielt. Nicht ganz clean. Bisschen overpeaked und alles. Von Angel. Aber overall, schöne Runde von denen. Das können. Die holen die das jetzt zurück. Mit Breach Thumb. Einmal einen langen Thumb durch die Dane machen. Ja. Das ist kein Refrag, aber es ist auf jeden Fall noch mal ein zweiter Pick dann. Die gegen vier. Oh mein Gott, Heretics. Oh mein Gott. Was passiert hier? Die save Segetsu von Mini-Boost-Crasp. Oh wow. Die didn't think there were two more Guns standing ready to take that fight. Only Angel left. 1v3 in this angle, 1v4 in the round. Wow. 13, 13. Wir haben drei Leute Richtung Market. Okay, die gehen gerade langsam zurück. Die sind auch wieder. Die sind auch wieder. Vielleicht kommt ein hartes Reit. Ich habe natürlich getötet, die Trap, die von Artis gestoßen wurde. Aber es muss nur ein volles Reit-Tap sein. Wir haben bereits die Post-Button. Das tut weh, in so einer Situation das Aim-Duell zu verlieren. Der war aber Artis-Wolf zurück. Oh mein Gott, ich habe es kurz gesehen. Ich habe es kurz gesehen. Oh, zwei für zwei. Ist aber glaube ich für Tekka geiler, wenn sie gleich auf die richtige Seite gehen. Wenn sie jetzt halt so Tekka in den Stack reinlaufen im 3-3-Start. Und es scheint, das war die Plan all along für Navi. Und jetzt kann ich den Weg gehen. Ich denke, das ist für Artis zu finden und versuchen, das zu finden, das zu finden, das zu können. Ich glaube, es hat sich versucht, jemanden zu kommen. Aber ich bin jetzt einfach. Aber Benji ist steadfast. Er ist hell. Er ist die Kamera, die Kamera, die sich in den Markt weiterkommigen. Also, B-Main ist auf die Schäufe. Er ist nicht in den Schrafen. Er ist in den Schäufe. Er ist in den Schäufe. Aber wenn er es ist, dann wird die Probleme verletzt. Wir werden sie Angel mit durch und vielleicht den Schäufe. Das ist das, was die Utilität kommt in den Rest von Navi. Wie geht es um, wo er geht? Benji, jetzt weiß er nicht, dass er es ist. Einmal 1x1? Gut, erst zu starten, Artis zu repositionen, auf die Seite. Und Angel hat sogar den Marktangl, Gruppen auf mit dem Team-Mate. Zipan und ihm selbst. 45 auf Angel. Es sollte eine EASY FIGHT! Und mit der Headshot, die Zipan! Das round wird einfach nur mit einem kleinen Bogen. No need für Benji. 12 Sekunden left. No Plan für Angel just yet. 10 Sekunden. Plan? mein gott stellte ich noch vor 14 14 was ist das für ein game aber jetzt richtung b aus aber wir haben auch schon wieder weiber oben und schärme richtung bene also hier ist noch schön wir haben auch viel info mit der fähigkeit das war ein starker move von der näon jetzt wieder alle main was hat der radix eine schock da keine neonsen keine omen flash Eine K.O. Nate. Die können nur noch durch die Smokespray. Heretics hat zwei. Drei. Und das ist die Runde für Heretics eigentlich. Ja. Es ist krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein GG. Das ist GG. Also wenn Ades das gewinnt, dann krank. Kann er nicht gewinnen. Er denkt ihn. Oh mein Gott. Das ist ein GG. Insane Runde von denen. Krankes Comeback. Das war für Team Heretics. Ich bin jetzt mit Harmi von Team Liquid in der Streaming Booth. First of all Harmi, welcome back to the new venue. What do you think of the place? And what do you think about that first map? I think this venue is way better than the last one, especially for the watch parties. We have way more space, more monitors, so we can invite more friends. I think Riot did a good job with it and I think the fans also like it. Yeah, yeah, yeah. I absolutely love it as well. I can see what you mean by the space. Now, I want to talk about this match because you played against Na'Vi last year when you subbed in for Team Liquid, so you're familiar with this team in game. Hey, you did all right. I remember you did all right. So, what's it like to play against Na'Vi? What are they like on the server? It was actually pretty hard to play against them. We lost twice, 13-11. It was close. Yeah, it was very close. I think we could have beat them with a bit more practice, but overall I think they're a great team and they have high potential. High potential enough to maybe come back on Breeze and go to Madrid, do you think? Maybe, but I mean heretics as Benji Fishi. Yeah, let's talk about Benji because you know him way back, right, from the Fortnite days. So, what's he like and how proud are you to see him out there? It's actually pretty cool to see Benji Fishi. I know him from like four or five events in Fortnite. I saw him in San Diego. He actually destroyed me in San Diego. Sorry. I've just brought up the two times that you lost once against Na'Vi. and against Benji as well. But where does your alliances lie? Are you rooting for Benji to go to Madrid? Are you rooting for Na'Vi to go to Madrid? I think I have to go with Benji Fishi, even though I like Na'Vi. Oh, any Benji fans out there? Do you agree with him? Okay, there's at least one. There's at least one. Thank you very much, Harmi, for joining me. Have fun with your watch party and let's see if Benji indeed can make it to Madrid. Thank you very much, Jinsu. Harmi, it's a pleasure to have you back. Boah, schöner Pick von Ardis. Oh mein Gott, er holt noch einen zweiten. Kann er nichts machen. Das ist so krasse Info von Minibu. Plus, er drückt halt Na'Vi komplett zurück damit, ne, mit der Ult. Angel holt zwar einen durch die Smoke. Aber an sich, Land, die haben wieder ihre Viper-Line-Up wahrscheinlich. Boah, Angel hat eine Sekunde zu früh gepinkt, selber von der eigenen Flash geflasht worden. Also, von dem Chaos. Also, von dem Chaos. Wenn Benji noch einen kriegt, Respekt. Wenn ein Einschluss. Die haben auch noch Viper-Line-Ups, ne? Die haben Line-Ups alles. Die Runde ist ja auch wieder ein Heretics. Wow. Tank. Tank-Runde. Also, ich muss sagen, Na'Vi hat halt auch ein sehr defensives Line-Up auch, ne? Aber dafür spielt die Rettix echt gut. Kein Hit. Und in der meantime, Minibu hat diesen Raum in die Seite, nach dem Plan. Seemlich inevitable. Und für den Seiten der Na'Vi auf dieser Stelle, ein Artist mit seinem Alt, das könnte Dinge interessant machen. Ich wollte sagen, es gibt eine kleine Chance, dass es ihn nutzen kann. Ich habe den Viper-Obs schon wieder auf die Bombe fliegen sehen. Die spielen mich schon wieder für Line-Ups. Und das wird ihn sparen. Wir sparen ihn fern, ich würde sagen, Flash. Zwei in Hand, bereit zu poppen around die Back. Zwei in Hand, bereit zu sparen. 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 Oh mein Gott. Benji und Buu. Fünf eins. Schöne gut, los von den lassen. Ich bin hier gut. Ey, was? Der Kerl wäre Runden entscheidend. Oh mein Gott. Und er hat wieder Ulti. Letzte Runde ist er erst geultet. Ulti hat er schon wieder gepackt. Info für ein, Info für zwei. Und jetzt was mehr haben wir noch? Er geht Yellow, oder? Oh mein Gott. Die Line-Up. Oh mein Gott, er kriegt ihn durch die Wand noch, weil er will wie far. Es kracht so doll da gerade drüben. Die Stage bebt da unten gerade. Bei Navi. Die Runde geht an Rotex. Die Mainz. Ey, ist das krank. Rotex fährt da gerade drüber. Es ist nie vorbei. So sah es eben auch andersrum aus für Navi. Aber das ist krass wieder. Minibu 17-1. Boah, Ardis, nein. Aber die Kombo aus Kaio, Knife, der kann nicht raus tippen. In Sova Ult ist krass. Hey, Angel. Boah, Reans mit dem dritten. Oh mein Gott. Die Runde entscheidet sich hier, ob Navi noch comebacken kann oder nicht. Weil dann kommt noch mal eine Eco von Navi, wenn sie die Runde verlieren. Ich lasse mich spoilern. Ich weiß es. Die haben losgelassen, glaube ich. Was machen die? Ey. Ey. Das ist krank. Das ist einfach nicht der Tag von Navi. Machst du nichts. Die haben am Anfang erstes Game gut gespielt. Danach mussten sie leider loslassen, weil Heretics wirklich sehr gut gespielt hat. Muss man einfach sagen. Ja. Der Verlierer von beiden ist raus, ja. Wer als erstes zwei Maps hat gewinnt, ist im Finale plus ist qualifiziert für die Masters. Ich glaube ich war ein bisschen abgehakt. Wer gewinnt, ist qualifiziert für die Masters und ist im Finale, der Verlierer ist einfach raus. Der Verlierer von Navi, Heretics und der Verlierer von Fnatic streamen morgen im Grand-Final. Ob ich morgen Watch Party recht habe, weiß ich noch nicht. Also ich kann halt Wändern nur von vor Ort, aber wenn die Streaming-Boofs voll ist, ist sie halt voll. Oh mein Gott. Aber machst du nichts. Oh mein Gott. Shoot my body, guys. Shoot my body. I'm on Viper. Shoot me, shoot me, shoot me. Oh mein Gott. Und zippern auch raus. Wird geultet und gepusht. Oh. Ist das krass. Warum sind eigentlich nur wenige Teams bei den Masters erlaubt? Es kommen nur acht Teams bei den Masters. Aus jeder Region zwei halt. Zehn zwei Hälfte ist ein Kracher. Heizink. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal, Heretics kann das holen noch. Die haben Cypher auf dem Flank. Oh mein Gott, Benji Fischi. Warte mal. Und jetzt eine Chance für diesen Squad von Heretics. Dieser Pistol-Round? Ich meine, es würde sicherlich den Feind von Navi verheben. Heretics wäre nur ein Schritt weg. Drei Rounds von Madrid bereits. Aber Navi hat immer noch Shao und Sagetsu. Sagetsu, doch, der wäre wichtig gewesen. Oh, der Kraft. Benji nicht viel Zeit. Oh, was ein Schuss. Starke Runde von Navi. Aber Heretics riecht das gerade ein bisschen. Guck mal auf die Minimap. Da laufen drei Stück Richtung B. Jetzt muss Benji Fischi das halten mit einer Classic. Nein. Nein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Was passiert hier? Keine Zeit. Benji ist so krass gerade. Aber Heretics hat die Runde. Heretics hat die Runde. Krank. Sorry, aber ein 12-3. Das ist... Das ist... Das muss Heretics holen, so wie die gerade spielen. Ich sehe gerade null Chance, dass Navi das Comeback. Vier und drei. Ich glaube, das könnte sogar eine Runde für Navi werden. In dem guten Prosis. Main, Backside, Frontside. Und... Dumbledore ist tot. Der war meins. Der war meins. Ja, aber die haben keine Zeit, glaube ich. Ich glaube, die haben trotzdem keine Zeit. Ja. Keine Zeit. Benji wieder ein Kill. Hätte der jetzt noch einen zweiten bekommen, wäre 30 gewesen. Das ist jetzt nur noch Zui-Getsu. Oh, bei ihm Kraft. Das ist alles. Die Information ist da. Das ist nur, um zu versuchen, was alles zu finden. Aber das Problem ist, 20 Sekunden nach. Er muss auf den Spiken gehen. Und Heretics, die haben nicht überkommitten. Die haben nicht übergeführt. Die haben nicht übergeführt. Die haben die Resilienz gezeigt. Die haben die Team-Player 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 gezeigt. Macher. Muss man den lassen. Macher. Ist das krank. Das war auch sehr. 500 girls. Einmal ausziehen. umbachs Bis zum nächsten Mal.